Ein kleiner Fuffer hat die Fußspuren. Ein Fuffer. Was geht, Freunde? Wir switchen rüber und let's rock! Bestes Intro ever! Einfach ich! Fängt gut an, Alter! Meine Worte! Ich hab's doch gesagt! Mama Wutz sucht am Cocknuter nach einem Zeugschrank. Guck, ein Zeugschrank. Man kennt ihn. Den Zeugschrank, wo's Zeugspiel reinkommt. So, welchen ficken wir? Den dann bitte! Das war ein geiler Schrank, den würd ich auch nehmen. Der ist fe- Hey, der davor, Mann! Der davor! Kickt. Pepper und Luzi spielgocken. Pepper ist spielgocken. Ich kann nicht mitspielen. Deine Fee, Eve. Ich will den Schuss. Deine Kocken-Fee. Oh. Am Morgen besuchen Pepper und Schorsch. Pepper und Schorsch. Wenn die sich selber besuchen, haben sie ja nicht viel zu tun. Mama Wutz kann wutzen und ich wutzen. Mama Wutz kann wutzzen. Die Karte. Ich wutz die Karte! Ich wutz die Karte! Sind die alle fertig? Ja, Mama Wutz! Also, los! Also, los! Ja. Okay, let's go. Wir müssen Sees sein, damit wir niemand öffnen. Also, ab jetzt sag ich nicht mehr, wir müssen leise sein, sondern wir müssen Sees sein. Okay. Ja, Mama. Schorsch. Raufe! Boah, das war aber sehr Sees, Alter. Pepper und Schorsch folgende Spups. Sprachen lernen hässlichen Oma Wutz. Sprachen lernen hässliche Oma Wutz. Jo geil, lernen Sprachen mit hässlichen Oma Wutz. Da bin ich dabei. Da lernst du richtig die Wutzige Sprache. Ein kleiner Fuffler hat die Fußspuren. Ein Fuffler. Das ist so geil. Ein Fuffler. Ich glaube, das hat man noch keine einzige YouTube-Kacke. Ein Fuffler. Ha, 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 ha. Er ist geflogen. Schaust. Wahnsinn, ich hab gedacht, er ist weggerannt. Ich hab noch mehr Fußspuren entdeckt. Oh, was für soose Fußspur. Sausia. Hurra! Saas. Wa, was? Was war das denn? Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Pepper. Fick dich. Hm. Papa Wutz Wutz seine Brille. Ha, ha, Papa Wutz Wutz seine Brille. Warum ist Oma im Dach? Wir wutzern hässlichen Oma Wutz. Oma. Das ist ganz schön wutzig, heißt die Folge. Ach so, das ist ja gewundert, dass hier so wutzhaltig ist. Wir wutzn hässlich. Was und Opas Speichernkopf ist ganz oben im Haus. Junge, das ist so so geil, Alter. Ha, 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 ha. Das ist so so geil. Das stimmt aber. Da hat er recht. Zeig ich euch das, wozu man ein super Gärtner sein muss. Okay. Meine Tomaten. Sie sind ja nicht. Da musst du echt ein super Gärtner sein. Zu, zu gucken wie Tomaten nach oben schießen. Nicht gratis, Soos Opa. Hässliche Pepper. Ha, ha, ha. Der ist gut. Der ist gut. Hässliche Pepper. Und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach... Na jetzt, hässliche Oma Wutz. Was? Nuss. Ne, doch nicht. Aber Wutz ist auch gut. Denn sie sind vorreif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Ich habe sie auch zu leise. Kann ich später noch machen. Nein, danke schön. Haha, nett. Sehr nett halt ich. Papa, kann ich dir helfen? Nein. Halt mal. Na klar. Hä? Voll dumm. Ha, 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 ha. Soos kommt. Wir singen. Aber irgendwie ist das geil, so ganz kurze Clips. Und dann gleich der nächste. Das ist irgendwie nice. Denn was? Singen Sie uns den Bing-Bong-Song bitte. Oh, oh. Bitte, Madame Gazelle. Bitte den Bing-Bong-Song. Na gut. Was ist denn den Bing-Bong-Song? Alles klar. Soos, soos, soos. Haha, was für ein Ende. Soos, soos, soos. Ey, das war mal ultra geil. Haha, da kann man nichts gegen sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Nicht getan abonnieren. Dies sind Farbschmig und bin damit drauf.